Moin Leute! Ich bin zwar spät dran, aber zum 1.16 Nether Update kommt doch noch was. Die Idee habe ich von MGL Fabry, schaut auch gerne bei ihm vorbei. Dazu spielen wir ein kleines Spiel im Nether. Das Spiel bestand darin, 8 Sachen so schnell wie möglich zu finden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Erstes Item gefunden. Das zweite haben wir auch gleich. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Das dritte habe ich jetzt auch. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Und das vierte jetzt auch. Hier nochmal das fünfte. Und auch das sechste Item Und auch das sechste Item Das siebte. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Und das Achtung. Ich hoffe euch hat dieses kleine Video gefallen und dann bis bald. 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 Bis bald.